Servus, ich bin der Felix, bin 23 Jahre alt, gebürtiger Ulmer und bin jetzt seit knapp einer Woche hier mit dabei. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Klaus Schrom und Manni Schwabe und letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, nach Unterhaching zu gehen, weil es ein guter Schritt für mich ist, eben wieder in die dritte Liga zu kommen und die Trainingsbedingungen einfach sehr professionell sind und das in den Latissen eben nicht so der Fall war und wir jetzt eben auch wieder zweimal am Tag Training haben und das mir ganz gut liegt. Auf jeden Fall im oberen Tabellendrittel zu sein, klar, in der dritten Liga ist es schwer, da es auch ein bisschen eine Wundertüte ist, aber ich hoffe, dass wir oben auf jeden Fall mit dabei spielen. Gute Frage, Pommes rot-weiß in Gelsenkirchen. Ich denke, das wäre Kuna Aguero, weil ich denke, dass er vom Spielertyp her ein bisschen ähnlich ist, relativ klein, trotzdem stämmig und eben auch brandgefährlich ist vor dem Tor. Definitiv, also sollten schon zweiständig werden. Ich denke, das war im Finale der deutschen Meisterschaft gegen Hoffenheim zum 1-1. Tennis spiele ich ganz gern. Malediven. Game of Thrones, mit Abstand. Poker, Garantie. Mati Anastasic. Ronaldo. M husk. B Bet yea. Heidelö. LiITY organiza. Vielen Dank.